Herzlich Willkommen beim Tanzen vor der Schwange aus Tradition und Liebe zum Tanz. Unsere Tanzgruppen, Mankas, ehrenamtlich am Hobby am Wochenende unterlaufen, proben sie jede Woche ihre Volkstänze und freuen sich heute am Heimattag 2005. Ihnen ihre Tänze zu präsentieren. Die siebbürgerschäftsische Jugend in Deutschland heißt sie alle herzlich Willkommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich darf Ihnen kurz uns beide vorstellen, die Moderatoren, die Sie heute Nachmittag durch das Programm führen. Das ist Sarah Täuber, mein Name ist Ingrid Herrmann und wir dürfen die Tanzgruppen heute gemeinsam ansagen. Begrüßen Sie also herzlich die Tanzgruppe und die Nachwuchstanzgruppe Augsburg. Sie stehen beide unter der Leitung von Helmut Schwarz und Rute Vaku. Jugendarbeit und Nachwuchsförderung hat in Augsburg einen hohen Stellenwert. Gemeinsam nehmen die beiden Gruppen verschiedene Auftritte wahr. So auch heute hier am Heimattag. Als ersten Tanz zeigen Sie uns den Schwerttanz, welcher letztmalig vor ca. 30 Jahren hier am Heimattag gezeigt wurde. Applaus Voll der Höhnen und mein Lied, viel kann ich sagen, von der großen königen Zeit, von all Vatentagen. Musik Musik Aus der Scheine, sieh und sag, sie lachen du, ja, wie du Gold von der Eile. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bravo!